Das heißt, sollte man jetzt aufpassen, das Endspiel. Seid die Kämpfer bereit? Ihr könnt euch jetzt noch einmal für drei Sekunden gegenseitig beleidigen oder in die Hand gehen. Ja, also... So sind sie heute, die Künstler. Aufstellung! Das Finale hier im Dickeborg. Die Hilfslage gegen... ...unterricht uns die... ...das MTS-Mataille-Brund-Balti. Hatsch-Bohrloch. Wartse-Kund. Das sieht gut aus. Das könnte doch mal ein guter Bierständer sein. Das ist eine andere Geschichte. Hatsch-Bohrloch. Das ist guter Bierständer. Hallo! Jungs! Die armen Zwerge. Die Zwerge versuchen alles. Schaut euch an! Heiliger Zwerge! Hallo! Ich mag sehr, dass ihr die Frau neugt! Da ist die Frau von der Nuss! Ha, 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 ha! Jetzt man ihn überstellt! Und du bist der Mann ist der, Jungs! Was ist denn da schier? Ja, das ist jetzt ein Schuss. Ja, das ist jetzt ein Schuss. Ja, das ist jetzt alles geschlossen. Aber was ist denn auch noch nicht in Bewegung geraten? Ja, jetzt pumpt der Künstler. Nein, nein, da werden überhaupt nicht aufgegeben. Die Zwerge haben Position. Der Einer, der Einer, der lehrt sich noch. Wir wollen uns sehen, wie lange die Puste reicht. Oh, Bruna, ja, was ist denn los? Ja, das ist doch immer noch schon passiert. Hallo, Bruna, der Günstler hat sich gemüt. Und zwar, die Arbeiten sind aber steckiger Freunde. Ja, schauen wir mal den Arsch an. Ja, also im Moment ist das Ganze wieder bei Null. Hier sieht man, wo ist der Mittelpunkt? Der Mittelpunkt ist da. Die Zweige, die Zweige sind im Vorstand. Das ist gut, aber wir wollen uns. Unglaublich, unglaublich. Bruna Lenktois, ein neuer Stern ist aufgegangen auf dem Allhimmel. Und schaut das erste Mal, dass Günstler Wasser trinken kann. Ja, sie haben auch das erste Mal was getragen. Die Schule hat ja gelangt haben. Ich glaube, Hübschus Vielen Dank.